Ein Katastroph, das stets allein, das wollte so nicht länger sein. Es fand sich zusammen mit vielen anderen und sie begannen durchs Land zu wandern. Bald waren Fluren und Wälder verheert und die Häuser wurden von Flammen verzehrt. Es begann eine große, schreckliche Not und viele Menschen fanden den Tod. Doch die Katastrophen wanderten weiter, wie die vier apokalyptischen Reiter. Sie zerstörten die Welt voller Übermut. Doch dann verschwand plötzlich ihre Wut. Sie stellten ihre Zerstörungen ein und das Katastroph war wieder allein. Vielen Dank.